Choo Choo Gantrain zurück. Jetzt kommt eine Cutszene, freu ich mich, also ja, die freu ich mich auch. Keine Ahnung, die habe ich nämlich als Kind wenigstens auch halbwegs mit zusammen reimen können. Und jetzt auch so der ganze Part vom Spiel, wo jetzt kommt, der, der, das ist ein guter Part, der gefällt mir, auf jeden Fall. Okay, ich bin gespannt. Kennst du die zwei Jungs, ne? Ähm, kann ich den Weg bekommen? Ja, du hast die, ähm, die Hölle. Ja, ein Hölle. Wie viel? Ähm, oh, 1000 Dollar? Ja, 1000. 1000 sollte das machen. 5 Euro pro Tag. Komm, komm, mach auf. Nicht so, wie er sieht, wie er es bekommen hat. Ja, sieht aus wie ein Kind wie ein Pauper. Skedaddle. Oh, 1000 Dollar. Hm, ich muss da zurück gehen. Ähm, Strato. Was sah die? Äh, ich kann gar nicht mehr. Ja, ich bin sicher, ich komme zurück. Aber, lass uns gehen. Hä, wir haben da aber 1000, oder? Wir haben 700. Ach, verdammt. Wo kriegen wir jetzt noch Geld her? Guck mal, der Arm, rechts, da ist noch ein Geländer. Ne, gehen wir da rechts. Ich wäre zum Denkerfung gegangen. Oh, da kommt das jetzt noch gar nicht. Kannst du jetzt noch mal ein anderer Teil zwischendrin. Das ist so die Chloake von unten. Warte, ich muss schon. Sind da die Säulen und alles? Muss man da jetzt alles nochmal zurück? Geld? Ich würde noch mal wieder reden. Vielleicht sagen wir ja so. Hattest du irgendwo Geld vergessen? Das war jetzt echt bitter. Schade, schade. Habe mich aber nicht gefreut. Jetzt bin ich immer dann quasi unnötig durch die, da überall durchgetragen. Das kann nicht sein. Also, wir haben ja uns schon angestrengt, um mal an manches Geld anzukommen. Ich glaube, die sagen eher nochmal was. Ne. Schade. Vielleicht bin ich einfach durch. Im Glitchen? Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Okay. Ja, dann, ähm, gehen wir mal in den Denkerfung. Hey, das kann ja gar nicht sein. Das muss ja dann einfacher sein an die Tausenden. Das muss ja dann irgendwo komplett übersehen haben. So, kann ich ja gar nicht durch? Doch. Oh, das war keine Idee. Ah, guck. Jetzt bist du quasi hier. Jetzt komme ich nochmal durch diese Dinger durch. Messer, ja. Das ist ja. Wo das dein Leben immer hängt. Ja. Ja, aber warum sollte ich das jetzt nochmal machen? Ich kann mir da nur wieder... Ne, ne, du musst nochmal ganz raus, dann denke ich. Aus dem... Auch zu den... Mistkäfern und alles. Ah, schade, schade, schade. Schade, Schokolade. Ja, wenn das Schokolade wäre... Exit. Ja, dann machen wir das doch. Hä? Hm. Das ist auch so ein Zauber-Exit. Ah, wahrscheinlich dort hätt's noch Geld zum Sammeln gegeben. Ja. Äh, äh, äh. Oder muss man jetzt doch zuerst den Turm machen. Ich glaub, du musst... Nee, aber das wäre irgendwie sau schade. Ich hab's gewissen, so lange nicht. Ich hab's gewissen, so lange nicht. Warum gibt's hier doch? Hab ich natürlich gesehen, dass da Geld ist und gehört. Hm, ich bin nicht hochgegangen, weil ich Luft brauche. Oder so. Mit deiner großen Nase hast du es geraucht. Ah, durch die Scheiße durchgegangen. Wir haben mehr Sponduli. Sponduli. Wie viel haben wir jetzt? 800. Sicher? Stimmt. Ha. Schade. Haben wir vorhin schon mal Geld ausgegeben? Hm. Ich brauch's nicht. Ich brauch's. Der Stier ist runter. Ach, das ist der Stier. Haha. Ah, jetzt sind wir hier. Okay, jetzt. Alles klar. Alles klar. Ah, hier wird noch ordentlich ausgeschissen. Aber, hm, da müssen wir ja... Hier sind wir erst, nein, dann links. Hier sind wir eben noch nicht, eben noch nicht gewesen. Ja, da geht's wieder zurück. Oder? Nein. Zu den Kühen? Was? Hier waren wir aber noch nicht. Da wo die Kühe reinsprungen. Was ist nicht das? Ach, wir sind ja in die Mitte reingesprungen. Hä? Hätten wir auch von der Seite. Du. Aber ich bin also nicht zusammen hier. Ich hab's gerade wieder vermitten, ja. Ja, ja. Jede für sich. Okay, und was gibt's denn da links und rechts? Hier gibt's diese Plot... Da hast du ja Tauchpillen genommen. Diese Tauchpillen. Hier gibt's aber sonst ordentlich viel zu wollen, ne? Ne, das sieht nicht so aus. Was ist da? Oh, ich geh mal dadurch. Ah, jetzt müssen wir hier. Oh, ich geh mal hochbequerdet das. Jetzt muss ich mal überheben. 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 Höh. Da muss ich jetzt draußen nach links. Okay, so gut. Okay, so gut. Okay, so gut. Das brennt doch auch in den Augen, oder? Ach was? Du stehst scheiße, schwimmst du? Nein, nein, nein. Überhaupt nicht. Voll gesund. Das ist so... Kuh. Schlammbart. Du kriegst über 100% Seekraft zurück, wenn du dann tot schwimmst. Über 100. Du willst zum Adler. Richtig. Du trägst quasi... Du trägst mir ein drittes Auge. Oder du kriegst ne... Denn die Augen entwickeln eine innere Rolle. Oh, guck mal hier. Das sieht doch aus. Was kommt mal da hin? Ne, diese Seite. Ja, von da kann man doch... Überhaupt nicht. Dann gehen wir mal da rein. So, ja? Hm. Ich habe das Gefühl, dass jemand hier nicht will, mich nicht hier sein. Ich will sicherlich nicht, dass ich da gehen würde. Ähm. Ich denke, dass ich da gehen würde. Hm. Ist es sicher, ich denke? Hm. Oh, der sings. Wir finden überhaupt nicht. Ja, guck mal ob das sagt. So, ja? Schon jetzt. Uh, oh. Ich denke, dass es so sleepy ist. youtuberrealisation Oh, oh Oh. Was? Ich bin grad gefühlt so lost wie du. Ja dann macht das jetzt die Sache doch mal interessant. Wir sind in einem Burggram. In einem schlankeren Burggram. Whatever. Und da ist ne Bratpfanne gewesen? Aber jetzt ja. Was gehört? Wir haben uns den Spächtnitzel wieder gebrochen. Ich? Ja. Nee. Was? Nicht? Nee. Wir wollen wieder rausgehen. Krass ja. Irgendwo muss man halt rauskommen. Großbritann. Alter. Du alter Sperling mal deine Augen aus. Ist doch um die Ecke. Hier war ich da hinten. Hier ist nichts. Ich hab jetzt komplett die Orientierung verloren. Wo bist du weiter? Hier bin ich da als erstes hingelaufen. Ich bin da vorne runtergerichtet. Mach mal die Augen nach oben gerichtet. Ja da muss ja trotzdem irgendwas erreichbares sein. Das kannst du dann. Hey vielleicht siehst du dann irgendwo was. Das kannst du dann alles sein. Oder? Vielleicht ist das irgendwie viel später erst. Jetzt bist du wieder auf der Seite von der Brücke. Ah vielleicht. Schön. Talent. Moment. Da steht der Kopf fest. Und da steht der Kopf fest. Flamm. Oh. Oh. Was war hier? Kommt man zur Dings? Oder will ich an dem Schloss? Schloss? Ja war doch da. Lass mal da durchgucken. Ach tatsächlich. Ja okay. Dann ist es das ja. Tatsache. Also. Zu früh. Ja. Das ist glaube ich zu früh. Ich hab halt auch nichts gesehen. Wir sind ja einmal eine Runde da unten im Loch gedreht. Und sind jetzt weitergekommen. Das ist ein Fluss. Geld liegen lassen. Lass mal da. 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 Kommt doch zu dem Turum jetzt. Einfach den Kackenstrumpf. Vor allem der wird sich schon irgendwo hinweg. Der bergauf fließt. Richtig. In zauberer Gewässer. Lass mal. Lass mal. Lass mal da. 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 Ja auch. Irgendwo können wir doch Geld gehen. Weil dieses Loch runter tauchen? Auch nicht. Ich wurde ja aus dem Passagel katapultiert. Ja, aber auch nur als du quasi weiter als das Loch warst. Ja, also zur Zeit habe ich gar nichts mehr an Leben deswegen. Ähm. Ich kann auch nicht mehr zurückkehren. Hier dann guck mal. Ja, ich höre Geld. Die Geld sind hier. In dem Bau waren wir schon drin. Ich glaube da in dieser Felswand. Ja, da. Ich komme da hin. Aber im Honigbau waren wir noch gar nichts drin, ne? Ja. Wir haben den fetten zwar zurückgeschickt. Ne, wir haben den her zu seiner Blume zurückgeschickt. Ja. Äh. Aber da will ich jetzt noch nicht finden. Ich weiß gar nicht. Wenn es halt keine andere Lösung gibt, dann holen wir uns das Geld halt da. Ja. Alles für diese Katze. Ja. Okay, dann gehe ich ja nicht dann lang. Chris. Okay, ich vermisse den Jazz. Komm. Komm, das kostet ja nichts. Das bringt ja nichts. Das kostet nichts. Also das kostet schon. Also Zeitaufwand, aber bringt ja nichts. Was redest du über? Ich würde nur sagen, das bringt ja nichts, jetzt hier, was anderes zu lernen. So ich hab ja jetzt den Alten von der befreit für dich sagt ihm ja noch was Die haben wir auch schon Das Ding muss ich machen Oh Leben Ah hier gehts zum Hohling Berghof Der Hohle ist B Ne das ist Das sah jetzt so Wie da gelb aus das Ding meinte ich Ah das ist doch Tuck Hier Sind wir doch jetzt Jetzt hat hier irgendwo Das ist gelb geschrien Was soll ich tun? Da soll ich diesen Angang rein Aber ich wollte dann gucken ob ich von hier aus schon ans gelb ankomme Was war das? Ich hab's nicht gesehen Mein altes Herz Ich hab's nicht gesehen wie dieses Erdmärchen wo es einfach so umfallen im Tod ist Und sich erschreckt Hä was macht das Oh mein Gott Keine Biene oder sowas Geh ich halt hier rein Ah doch. Ah ja. Er hat auch gerade Geld geschüttelt. Oh. Hallo. So 900. Fehlen nur noch 100. Verdammter Mist. Bruttisch. Ich sag immer die gleichen 2 Sachen. Vielleicht nochmal bei diesem Bauernhof. Oh Tod. Oh. Überall bleibt ihr im Kopf stecken, aber hier nicht. Im Honig. Im Honig. Ist eigentlich auch mal ziemlich weich gewesen. Wieviel hab ich denn jetzt eigentlich? Ich hab sogar noch ein bisschen Zeit. Warum komm ich jetzt hier aus? Weil ich hier zuletzt rauskriege. Äh, ja. Das Geld hab ich jetzt aber da eingesammelt, ne? Ja. Hoffe ich dir. Kann keiner nochmal zum Bauernhof gehen? Ein bisschen Scheiße da ins Wasser, Rade. Und dann? Ja. Und zu diesen Stacheltypen. Das sehe ich mir. Das soll langsam elend sterben. Was ja auch ein Scheiße schon ist. Wo gehst du jetzt? Ja ich geh nochmal zum Honigdienst. Da passiert ja mehr als nur das. Weißt du? Was soll denn da noch passieren? Achso. Ich bin auch noch. Wuh. Du bist schon schrecklich, dass euer kleiner Junge. Ja. Ich weiß halt nicht, wer nachher das zu sagen soll. Ich werde mich dran gewöhnen. Ey Banjo kann man da ja noch ein bisschen mehr rausholen. Ja. Und das kann mich davon abhalten. Wie kann ich das heute durchspringen? Aber du stehst halt von einer verschlossenen Tür. Ja. So. Wollen wir uns das Teil nur nochmal angucken, dass das da rausgekommen ist? Ey das hat mich so erschrocken, ey. Ich habe auch überhaupt nicht hingeguckt in dem Moment. Also ich habe nur gesehen, da irgendwas ist da. Ist das schon ein bisschen Alien mäßig ausgesehen? Ohaah. Da habe ich halt überhaupt nicht mit gerechnet. Ne null. Gar nicht. Ich habe halt gedacht, ja gut, wenn man da oben hier rumlaufen kann, dann kann man auch da rumlaufen. Ja rein. Sache war halt, ähm. Ist halt, ich weiß, dass man da später nochmal reingeht. Das hat mich aber auch gewundert. Ach, ich bin da aus dem selben Loch wieder raus. Okay, okay. Wie, aus dem selben Loch? Ja, ich bin immer noch draußen. Ich habe gedacht, ich gehe in den Bienenbau rein. Ach so. Ne, 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 ne. Aber das ist ein großer Zufall, dass du jetzt auch da hoch bist jetzt direkt weiter. Ja, aber ich habe gedacht, ich wäre jetzt im Bienenbau und ich könnte mich jetzt hier irgendwie rumgucken und so. Aber es ist einfach nur die Wand und ich gehe in das Loch und komme an dem Loch da wieder raus. Ach so, okay. So, what? Ach so. Ja, dann geh doch. Lass dir nochmal einen mitgeben. Suprise. Okay, Suprise. Deswegen war ich auch so froh. Ey, ich habe gedacht, du willst dich jetzt dort anschauen, wo du das Geld eingesammelt hast. Und da noch was, das ist ja wahr. Wo wir gerade hier sind. Ne, andere. Ne, ich habe dich entschieden. Ne, ich habe dich entschieden. Depp. bei der Konjugation berichtet, obwohl du es sonst einfach hin nimmst, dass du von deinem Dialekt kommst, dass du sagst. Ja. Ja. Sympathisch. Du merkst mal den. Ja, merk, dass du länger schon was mit mir zu tun hast. Grammar Nazi, ey. Ja, keine Ahnung. Ja, okay, hier passiert nicht viel. Ja, hier passiert nicht viel. Also, keine Ahnung. Das wird nicht funktionieren, ja. Okay, dann geh ich zurück. Weil ich weiß, ich bin mir sicher, diesen Schalter, wo du vorhin warst, da hättest du draufdrücken müssen. Was für ein Schalter? Dieses grüne Ding. Stell dich da mal an den Rand. Und schau. Du musst da über den Rand laufen. Da, dieser grüne Knopf da an der Seite. Rechts, 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 rechts. Da. Wenn der da irgendwie nicht patrouilliert oder so. Da musst du irgendwie, da musst du rein. Problem, der macht mir auch Schaden. Ja, du musst irgendwie an dem vorbei, wenn er irgendwie in andere Richtung guckt. Also, ich... Ich werde dir nicht angekündigt werden. Siehst du? Der macht es auch wenn er nicht... Ja, nein, du musst ganz schnell dann vorbei. Ich komm da nicht drüber. Weil das da unten ist irgendwie eine Spülung. Das zieht die dann weg. Oh, da kann ich ein bisschen... Guck mal, wie die da drum gehen. Die ihn zerfleischen wollen. Waren wir schon wieder? Äh, wir sind gleich bei 20. Oh, schon wieder soweit. Okay, dann äh... Moin, wieder einen schönen Cut. Und... Sehen uns dann... Wenn es wieder soweit ist. 100 Dollar, kann doch nicht so schwer sein. Ne, 100 für Affen.